Hallo und herzlich willkommen zu Cancel Research Simplified. Mein Name ist Aigün Sahin und ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Wussten Sie, dass Krebs weltweit Todesursache Nummer 1 ist? Jedes Jahr Millionen von Menschen weltweit sterben an Krebs. Nach der Weltgesundheitsorganisation in 2008 7,6 Millionen Menschen starben an Krebs, welches 13% aller Todesursachen ausmacht. Selbst wenn das Leben von 100.000 von Krebspatienten gerettet wurde, dank der Ergebnisse hervorragender Krebsforschung, viele weitere Schritte müssen noch genommen werden. Nicht nur als Krebsforscher, sondern auch als Krebspatienten. Hierbei Cancel Research Simplified, oder auf Deutsch Krebsforschung vereinfacht, unser Ziel ist, diese beiden Welten zusammenzubringen. Die Forscher mit den Nichtforschern. Die Krebsforscher mit den Krebspatienten. Aber wir glauben auch an die Entwicklung junger Generationen von hervorragenden Krebsforschern. Somit ist unsere Mission zweifach. 1. Krebs und Krebsforschung vereinfachen und für alle verständlich zu machen. Und 2. Jungen Generationen weltweit Stipendien zu bieten, um deren Teilnahme an Forschungsaktivitäten an Krebsforschungsinstituten zu ermöglichen. Und somit deren Karriereauswahl für Krebsforschung zu fördern. Sie können in der Entwicklung solcher jungen Generationen mithelfen. Sie können in den Folgen ihrer eigenen oder ihren Liebsten schrecklichen Erkrankungen nachhelfen. Einfach dadurch, dass sie mehr darüber lernen. Wir alle spielen eine signifikante Rolle in Erfüllung unserer Mission. Es ist einfach, uns zu unterstützen. Gehen Sie auf unsere Homepage www.cancelresearchsimplified.org und spendieren Sie. Und erzählen Sie allen von uns. Danke, dass Sie ein Teil von uns sind. Danke, dass Sie ein Teil von uns sind.